Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Redenschreiben für Anfänger anzunehmen beim Plumpskloversteck im Hyal, an dieser Stelle. Es gibt mehrere Vorquests, die ihr überledigen müsst, bevor es die Quest gibt. Seht ihr hier im Chat zum Teil. Das sind alles Quests aus diesem Gebiet hier. Und wir müssen Okwok töten. Alles klar. Mal schauen, wo wir den finden. Sollte er bei euch nicht da sein, könnte es sein, dass ihn einen anderen Spieler schon getötet hat. Der müsste irgendwo hier patrouillieren. Schaut mal. Bei mir ist er jetzt hier. Direkt am Anfang von diesem blauen Gebiet. Aber wie ihr seht, patrouilliert er. Hau ihn mal an. Keine Elite mehr, wie es aussieht. Und bereit zur Abgabe. Wunderbar. Vielleicht sollte ich auch schon beim Abgabe NPC sein. Oder in diesem Fall beim Abgabe Blumpsklo. Bestes abzugeben beim Plumpskloversteck im Hyal, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.